UNTERTITELUNG Und was für ein Jubel! Ein Last, Last, Last-Mittletor! Wagner, Wagner und dann sowas! Granatowski! Klasse, Kopfball von Granatowski. Versuchts! Oh, was Tor! Was ein Pfund! Sensationelles Tor von Muslija für den Karlsruher SC. Stefan Hain. Boah, was für ein Ball! Massaila, super Ballverarbeitung, freie Schussbahn, Traumtor! Boah, volles Programm, unhaltbar, traumhaft. Der kriegt ja den Hals liegt voll, dieser Luca Massaila. Gahlke macht's direkt, was für eine Parade! Janis Gelius, wie er den rauskratzt, ist sensationell. Wow! Kuhn, Kuhn macht's und er macht ihn rein! Was für ein großartiger Freistoß! Unter die Latte, unhaltbar in den Kasten. Freigegeben, Skalatidis. Mein lieber Mann, was für ein Raumtor! Wir den über die Mauer heben. Was für ein Freistoß von Simon Skalatidis. Alvarez hat's in der Hand, besser gesagt, auf dem Fuß. Markus Alvarez! Das ist das Tor! Unglaublich! In der Nachspielzeit Osterbrücken schafft das 2-2! Was geht denn hier ab? Martin Kubilanski, 4, 5 Schritte nach hinten. Und jetzt... Was für ein Tor! Was für ein Tor! Was für ein unfassbares Tor! Martin Kubilanski! In der Nachspielzeit, so ein Kracher! Mir platzt die Hose, ich kann nicht mehr! Das ist Wahnsinn! Für ein ruhiger Untertitelung des ZDF И.G. Das ist barbarاد! Das ist 황